Die dreifache Kardashian-Schwangerschaft schlägt im Netz hohe Wellen.Die Fans reagieren mit bissigem Humor und lustigen Theorien. Die Kardashians sind im Babyfieberpunkt nach Kylie Jenner 20 und Kim Kardashian 36, erwartet nun angeblich auch Khloe Kardashian 33, Nachwuchs. Die Babys sollen 2018 zur Welt kommen.Ein Zufall? Die Twitter-Gemeinde glaubt das nicht und reagiert gewohnt humorvoll. Die User sehen in den drei Schwangerschaften eher eine perfide Taktik. Die bilden eine Armee, ist sich etwa Lauren sicher. Eine nicht weniger originelle Antwort darauf lautet, der Winter ist nach Kalabasas gekommen. Game of Thrones Fans dürfte dabei sofort das Bild einer Armee aus aber tausenden Kardashian-Zombies in den Sinn kommen, die über die kalifornische Stadt, in der der Familienclan mehrere Wohnsitze hat, herfällt. An eine Taktik im ganz anderen Sinn glaubt User Kieran.Er twittert, alle Kardashians sind Gerüchten zufolge zur selben Zeit schwanger. Pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum ihrer Show, Keeping Up With The Kardashians, d. Redaktion, die sich im Sturzflug befindet.Zufall.Ich glaube nicht. Das sieht auch eine andere User so und bringt noch die Mutter von Kylie, Kim und Khloe ins Spiel. Kris Jenner spielt gerade Gott, lautet seine Vermutung. Vielleicht hat sie sich aber auch ein paar Stockwerke tiefer verpflichtet, Khloe Kardashian ist also schwanger. Genau rechtzeitig zum 10-jährigen Jubiläum.Der Teufel arbeitet hart, aber Kris arbeitet härter, schreibt etwa Userin Emily Sylphysand. In eine ähnliche Kerbe schlägt User Alex, ihr wollt mir also weismachen, dass drei Kardashian Jenners zur selben Zeit schwanger sind und Kris nichts damit zu tun hat? Familienoberhaupt Kris Jenner 61, wäre eine so präzise Familienplanung ihrer Kinder durchaus zuzutrauen. Nicht umsonst trägt sie den Spitznamen Momaga, eine Wortkreuzung aus Mom und Manager. Auch Kris Ex-Mann Bruce Jenner, der sich seit seiner Geschlechtsumwandlung Gatelyn, 67, nennt, gerät ins Fadenkreuz der Twitter. Böse Zungen schreiben, Kate möge vielleicht auch mal einen Schwangerschaftstest machen. Scheint im Moment der letzte Schrei zu sein. Die plätzliche Flut an Kardashian-Schwangerschaften treibt auf jeden Fall so manchem User die Schweißperlen auf die Stirn. Schließlich würde sich der Familienclan damit seine TV-Präsenz für die nächsten 100 Jahre sichern. Manch einer spekuliert auch mit einer neuen Soap, macht euch bereit für eine weitere Reality-Serie Kardashian-Kids, bestätigt sind bisher übrigens weder die Schwangerschaften von Kylie und Khloe noch die Leihmutterschaft von Kim Kardashian. Die Bis zum nächsten Mal.